Heyo Leute, willkommen zur nächsten Folge Dead Space 2. Wir müssen zum Marker. Die Konvergenz hat fast begonnen. Da ist der Marker. Okay, ich muss mir aufpassen. Ulan, wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Aua. Verdammt, der Scheiß macht uns verlangsam. Und unsere Kuppel steht auf. Meine Zeit, Mann! Wo bist du denn? Lauf. Die sind eigentlich kein Problem mehr. Und ich Muni mitnehmen. Das ist gut. Komm, weiter. Wir sind gleich beim Marker. Und du bleibst da. Kommt. Kommt. Oh. Oh, kacke. Okay, was der kommt, ist jetzt aber nicht so cool. Schnell. Die Zeit zum Muni holen muss trotzdem sein. Und hier müssen wir noch mal schlafen. Okay. Wir müssen hin. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Nichts. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Nichts da. Ich muss da durch. Hey, das ist wirklich Schmaden. Okay, das hindurch von der Mannschaft ist eigentlich unglaublich. Nein, mach die Tür zu. Okay. Wird auch irgendwas kommen? Oder auch nicht? So, die müssen wir auch nochmal mit. Kannst du ja speichern. Nein, nicht nochmal. Schauen wir mal auf die Sprecherstation. Da hin. So, dann nachher. Ich müsste doch schon Besuch bekommen. Dann möchte ich aber keinen Besuch haben. So, hin? Da lang. Weg hier. Der Marker. Das Erforschen des Markers war jedes Leben, jedes Leben wird, das wir verloren haben. Ich dachte, jetzt kommt eine Sequenz. Okay, anscheinend muss ich mich wehren. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt eine Sequenz. Deswegen habe ich einfach mal nichts gemacht. Aber dann tun wir jetzt was. Den ersten müssen wir, glaube ich, abbekommen. Jetzt startet die Sequenz. Das Erforschen des Markers war jedes Leben wird, das wir verloren haben. Komm. Raus damit. Schnell. Ich lasse nicht zu, dass Sie das alles wegwerfen. Tut mir leid, dass ich daneben geschossen habe. Tschüss. Danke, Isaac. Jetzt ist es eine Zeit zu sterben. Was? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber Strauss sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe Ihnen vertraut. Ich pfeife auf Sie und auf Ihren Kreis Marker. Ach du Scheiße. Ach, das sind zu viele. Geht weg. Und wir werden da drauf schießen. Scheiße. Ich kriege nicht. Ich kriege nicht. Ich kriege nicht. Aber sie sind fertig. Ich kriege nicht. Ich kriege nicht. Das ist ein Bissensritt. Ich kriege nicht. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss sagen, das Ende fand ich richtig geil. Das Ende hat mir nochmal so richtig Spaß gemacht. gefällt mir besser als der erste teil und ich fand den ersten teil eigentlich schon echt gut ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr jede folge gesehen habt ob ihr von anfang an dabei war wie es euch gefallen hat und was für weitere spiele ich noch zocken soll und ich hoffe das geht weil ich gerade ich versuche nicht ganz zu laut zu reden nur bei mir ist die musik extrem laut ich werde das nachhinein auf jeden fall leiser machen müssen weil zu der musik kann man nicht normal reden eigentlich ich versuche es gerade so dass ich mich selbst kaum aber ich versuche normal zu reden ungefähr ich werde die musik leiser machen damit man nicht gut verstehen kann richtig gutes game hat echt spaß gemacht vor allem das ende war richtig nice ich kann es immer wieder betonen also das ende ist ich habe jetzt die letzten folgen alle am stück aufgenommen ich weiß nicht die letzten drei oder vier folgen habe ich am stück aufgenommen weil es hat mir einfach so viel spaß gemacht da konnte ich nicht aufhören zu zocken ich hoffe euch hat das zusehen genauso viel spaß gemacht schreibt mir wie gesagt gerne in die kommentare schreibt mir auch gerne in die kommentare was ihr als nächstes für ein spiel sehen wollt denn ich denke mal dead space 3 werde ich nicht als nächstes spiel machen der space 3 wird kommen das steht fest aber noch nicht direkt als nächstes spiel also ich möchte die teile nicht alle hintereinander weg zocken da soll wenigstens ein spiel dazwischen sein also schreibt mir in die kommentare was ihr gern für ein game sehen würdet und wie es euch gefallen hat also bis zum nächsten spiel oder bis zum nächsten video ciao leute so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Flugteam EG9, ein Kontrollzentrum. Wir haben den Überflug beendet. Es ist nichts übrig. Ich wiederhole, die Tarnstation ist vollständig zerstört. Und der Marker? Negativ. Hier hat nichts überliebt, Sir. Markerstätte 12 ist unwiderruflich verloren. Schande. Alle Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen.